Herzlich Willkommen zu Stephen Hawking Simulator Der Jens hat einfach die Eier an der Stelle, um sowas zu bringen Wir spielen heute Hawken, es ist noch in der Beta-Phase, deswegen können noch kleine Ruckler und Bugs vorhanden sein Nehmt es dem Spiel nicht übel, ist es, auch wenn es perfekt laufen würde, immer noch scheiße Wow, diese... Woll ich mich schon wieder starten drücken, was ist denn das hier für ein Kack? Ja, du musst einfach nicht... Okay, wir spielen natürlich... Weil ich dreimal hier bestätigen muss? Nein, die Roboter, die laufen auf Linux Ja, scheiße Wir spielen Koop und irgendwie sind hier gerade 5, 6? Ja, wir sind ja nicht, wir machen nicht 3 und 3, sondern 6 und 6 Ah, okay, und dann werden die anderen durch die KI gesteuert, oder was? Ne, ne, das sind alles glaube ich... Alles Spieler sind das hier Reale Menschen Die wahrscheinlich 100% besser equipped sind als wir Ach, man kann sich an dem hier, der hat Flammen auf seinem Mac Man kann sich nämlich hier in dem Spiel natürlich auch mit richtigem Geld Sachen kaufen Natürlich auch mit Punkten, die man halt durch Siege schafft Da fährt mir einer in Feuer Hier ab Jawohl, ich habe einen gekillt Wow, was war das? Ja, und äh... Das Spiel ist insofern interessant, dass ich gerade sterbe Also wie üblich Nein, das ist ja mal eigentlich Hä? Ich muss auf die Orangen schießen, ne? Ja, ja Oh Die anderen Enemy-Cited Die Bedeckung Ich repariere mich gerade Wir haben alle diesen, diesen komischen Standard Mülltonen-Roboter Das ist gut Oh fuck Ja, gleichzeitig super Auch auseinander gefetzt worden Hier Lappen Boah, wie viel hält der aus, ey, ich bin weg Weißt du, weißt du, du sagst Lappen Und dabei bin ich auf dem ersten Platz hier Wie ist denn das geschafft? Ja, können, Alter Wie hab ich denn die 10 Punkte erreicht? Das weiß keiner Also Team Attack zählt nicht, ne? Ja, anscheinend ja doch, sonst hätte ich die 10 Punkte nicht geschafft Wahrscheinlich Auf ihn Auf ihn Ja komm, ihr müsst hier hinkriegen Der hat nicht mehr viele Einer ich muss irgendwie bin ich die ganze zeit dabei mich zu reparieren wasser denn für ein scheiß ich war doch froh dass ich reparierst muss auch mal was killen ja eben ich habe 16 punkte so ich hab den dicken alter da sind schon wieder zwei weiß einer zufällig wie weiter geht ob zeitende oder wir haben noch sieben minuten 28 27 natürlich auch aber die frage ist ob es auch ein punkte limit hier gibt ich habe eine frage ist aber man sieht auch oder man merkt auch relativ die das extrem stark sind also der eine hat mich jetzt hier gerade weggebürstet ja ein erwischt noch eingeholt nach scheiße da ist einer mit dem sturmgewehr alter da ist glaube ich gerade einer gespawnt ja ist er ich weg mich verwirrt das immer wieder dass wenn ich drücke also diesen boost und dann nach hinten dass ich mich dann umdrehe ja das ist richtig blöd das stür mich hier voll und ganz zu ja mich verwirrt das richtig ja shit ich sehe doch keinen hier gerade na da ist einer ah doch es gibt ich sehe es gerade hier 40 endpunkte bam da habe ich einen den juf 1 habe ich ausgeschaltet den juf den juf den juf hast du ausgeschaltet ne juf nein da bin ich gestorben zum ersten mal in diesem spiel muss ich sagen jetzt gerade ich will schon wirklich das erste mal jetzt erst ja jetzt zum ersten mal bin ich gestorben also ihr könnt ihr könnt auch andere mechs auswählen also ich habe jetzt schon eine andere ne auswahl ja klar aber ich komme mit den anderen nicht zurecht ich auch nicht so ein dreischuss rifle ist dabei dann noch so ein pumpgun ding und so ein automatisches pumpgun ding ja der pumpgun ding ist eigentlich ganz geil aber wie man das halt kennt pumpgun muss man natürlich sehr nah sein du Ficker ich bin weg RADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRANG und ähhh ja ich ja von hinten alter wein alter huli hupe alter schwede ich wäre jetzt fast drauf gegangen weil da ist irgendwie auf einmal vor mir so ein roboter vieh aufgetaucht okay komm schon leger geh drauf shit Ich seh da schon wieder was anrasen. Probier die jetzt mal alle durch hier. Ganz ehrlich, ich hab ein bisschen, ich kann das noch nicht so richtig, also ich vergesse jedes mal, dass ich eigentlich so einen Boost hab und fliege direkt wieder in der Luft hier. Oh, von der Seite ey, wie unfair. Pissviecher. Wo ist es in? Die sind alle irgendwie kacke bis auf der Standard gerade, ne? Ja, also ich hab das ja auch schon angespielt und das finde ich genauso, also entweder werden sie besser durchs Upgraden, aber... Ja, dort auf jeden Fall. Und hässliche Teile. Fuck, drei Stück. Also ich finde das schon cool, dass man keine HP Regeneration an sich hat, sondern dass man quasi sich reparieren muss. Boah, ich hab schon wieder einen erledigt. Boah, ich bin so gut. Also für ein Free-to-Play-Game ist das echt okay. Aber da gibt's echt schlimmer. Ja, aber wir merken auch wichtig, dass es in der Kinderschule ist, das Spiel. Ja, also es ist eine Beta, ich weiß nicht, ob das fertige Spiel, soweit es dann rauskommt, auch Free-to-Play sein wird. Ja klar. War von Anfang an schon Free-to-Play. Eben. Ja, aber war ja von Anfang an auch nicht fertig, ne? Ne, natürlich nicht, aber... Das wird auf jeden Fall nichts kosten. Ja, ich weiß, ich weiß, ich nehme nur alles mit, was ich mitnehmen kann. Ja, genau. Schon wieder einen geholt. Einfach drauf da. Ey. Vielleicht mich gerade hier von der ganzen Seiten an, nehmen alle mit, die sich verpissen wollen. Ach, schade. Aber noch einen Punkt brauchen wir, Leute, dann haben wir's glaube ich geschafft. Ja, ich hab den letzten geholt. Yeah. Wir haben's geschafft, ne? Oder? Wir haben gesiegt. Ja, da haben wir noch mal den Pwner. Yeah. Der Baby, der hat alles super gemacht. Der zeugt das natürlich auch schon seit Wochen und Monaten. So über Pro. Ja. Ah, guck mal, da bin ich. Negativ. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da bin ich. Und da kommt die Nummer 1. Weil das ist jetzt die Rangliste. Und ich war der Erste. Wuh. Ich hab gesehen, also ich hab das heute Mittag nochmal gespielt und da hat irgendjemand so Faxen gemacht. Der hat irgendwie getanzt oder sowas. Ja, ich glaub das ist auch irgendwie was, was man sich kaufen kann oder so. Ja, glaub ich auch. Ja. Willst du sagen, wir hängen direkt hier jetzt noch weiter? Machen wir direkt noch einen, ne? Ja, wir machen noch eine Runde, hängen wir noch eine dran. Wir sind ja grad mal bei 10 Minuten. Da kann man noch mal einen hinterher schieben. Ja. Dann machen wir direkt noch einen. Ja, dann starte mal. Oder wechselt ihr jetzt selbst. Weiß einer von euch, äh, mappt, wieviel es gibt? Ne, leider nicht. Ah, nächstes Messer geht erst in 23 Sekunden, seh ich grad. Gibt bestimmt mehr als drei Maps. Ne, also es gibt ja auch Spiele, die haben auch Multiplayer und die haben nur eine Map. Oder zwei und, ja. Also ich sag mal, wundern würde es mich nicht, wenn es auch nur so zwei, drei Maps gäbe. Ja, eben, weil es ja auch nur in der Beta ist halt, ne? Oh, im Gamechat steht ja was geschrieben. Da hab ich jetzt gar nicht sehen können, scheiße. Da stand läuft. Läuft, okay. Läuft. Das ist, äh, geil. Mehr muss man ja nicht sagen. Ne, ich find auch, hast alles gesagt. Aber ich war erstaunlich gut, ey. Ich bin nur einmal gestorben, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, aber ihr müsst alle bereit drücken. Achso, da oben, ja. Ja. Und irgendeiner hat sich hier in unsere Gruppe reingezeckt. Können wir den nicht irgendwie... Ne, ich will den nicht als Freund hinzufügen. Ich will den... Ausschmeißen. Ich hab den erstmal schon umgeschaltet. Ja, der spammt hier. Oh, mach Schweden, Bernd. Geht mal so aus. No. Get the fuck out. Ja, der Eddy, so sympathisch wie eh und je. Also... Äh, boah. Oh, da schreibt der auch noch Eid. Jeder Mech hat auch noch so eine Spezialfähigkeit. Aber ich weiß grad nicht, wie ich die aktivieren kann. Weil der eine, der kann sich hier zum Beispiel ausbauen. Und der kann dann, ähm, ja, wie so eine... Der ist wie so eine mobile Festung. Okay, cool. Den Sepp jetzt hier hat. Der Dicken. Ja, der Tank, ja. Ja. Ja, das kann ich auch, so ein Schild. Ah, F ist das, glaub ich. Ne, F ist Reparieren eigentlich. Ne, F ist bei mir Cooldown. Ne, ne, das ist die Ability von den Tanks. Interessant. K. Oh shit, shit, shit... Von links kommt einer. Oiyoiyoii. Aaaaa... Motherfucker. Ja, Lev. Hast du den? Ja, ich bin drauf gegangen. Oh muss sie. Nee, ja, der kommt auch nicht mehr zu. Der ist aber jetzt auch draufgegangen. direkt wieder rein hier nehm mir jetzt äh gleich mal ein andermelchen aber außerdem jetzt schlug ne wieder draufgedrückt scheiße was ist der dreck sagt ey wieviel AP dieses Mopedfeeder einfach hat ne ah die Special Attacke ist mit R ja womit? mit R? ja ne mit R also ich hab jetzt auf R gedrückt und irgendwie bin ich jetzt explodiert sehr gut ich glaub nicht dass das Sinn der Sache sein kann dass ich explodieren ne doch doch das hast du super gemacht aber ich weiß nicht der Brawler ne der Brawler war das mit der halbautomatischen Shotgun ne? meint schon ja Close Combat ja ne dann bleib ich lieber bei meinem komischen Möchte gern Double Kill ne er macht E macht der was der bei E hat der ein Schild ausgepackt war das E ja ich weiß jetzt nicht du siehst da unten rechts du hast ja da dein links ist ja deine Anzeige von wegen wieviel grad du hast und rechts ist dann halt steht da einmal oder so wie oft du das hast das ist deine Special Attacke ja das ist bestimmt richtig was du jetzt gesagt hast ich hab dir nicht genau zugehört ja okay ich hab ein Double Kill gemacht ein Double Kill? oh ja mit dem Rexer haben wir diesen also mit dem Sebastian da haben wir wo? ne die schmeißen mit Granaten ja dann schmeiß zurück die Ficker bin weg hier Mensch ein AFK Spieler oder was? was ist denn hier? ne bei uns im Team? ne einer hier ein Gegner im Team oh god ich muss mich heilen alter dieser Bastard da ist hier noch einer boah ey Wahnsinn aber er hat jetzt gut gemacht ey er kam mit Granaten an während ich mich repariert hab und in der anderen Richtung war dieser komische Tank der mich einfach mal wie nichts auseinander genommen hat ja das ist gut ja ich hab jetzt grad hier den ähm Shotgun und den find ich ja mega scheiße geil oh der hat sich unsichtbar gemacht der Kollege da vorne man sieht den trotzdem noch ja so leichte äh Schleifen boah ich nutze dieses äh Sliding kaum alter ich auch scheiße auch nicht ich nutze das die ganze Zeit äh also ich nutze das fast nicht irgendwie bin ich immer zu doof dafür weil ich das nicht so gewohnt bin ne eben das ist das Gewohnheitssache von anderen Spielen das kennt man halt nicht dass man halt sowas so ne Fähigkeit hatte ich benutze es auch nicht das ist total blöd aber hey das ist in dem Sinne eigentlich unser erstes Spiel ähm sollte man eigentlich auch ein bisschen nein ich wollte erwarten dass wir sofort Vollprofis sind oh guck mal da kommt noch den okay das ist einer von uns Alter ich häfte mich mal ein bisschen an den Dave weil der hat irgendwie mit dem Granatentyp wieder zu tun ja der ist vielleicht Platz der sieht diesmal hier mega gut ey der ist direkt erster Platz hier der sauber da haben Dave und ich hier die zwei Leute da fertig Dave du solltest dich glaub ich reparieren ach Ivo brauchen wir nicht ok ok wo sind die nächsten Gegner da auf anderen Seite uh 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 bam wieder platt ach den hast du mir aber geklaut doch ach never ach shit oh bin ich nicht geblieben ne aber ich komme auch irgendwie nur mit dem Standard irgendwie gut klar hab zwar jetzt gerade nur den einen ausprobiert aber muss echt sagen äh ich muss mich reparieren Leute ich äh gebt mir mal Deckung ok ich konnte mich doch nicht reparieren ich war äh zu seinem Weg aber wir führen ja wir haben äh voll aufgeholt wenn man ähm ganz am Anfang ganz am Anfang waren wir noch ganz hin ja fuck und nicht nur dank glaub ich Dave haben wir extrem aufgeholt oh ich geb Gas hier ja aber extrem ja ich hab einen gefunden der liegt mir der fast in einer Rakete reingeknallt ey ja wir haben hier einen der ist anscheinend also ein Gegner der ist auf K auch aber irgendwie triff ich den aber auch nicht ja der irgendwelche Probleme alter da mach ich mach klaut der Dave mir ein und dann kommt auch immer ein zweiter dahin ey glaubst du den denn von Dave ne der ging ja nicht weil der ne der ging ja nicht weil der sagt lad nach lad nach lad nach lad nach der klaut ja nur ich klau nicht natürlich in dem Spiel gibt's kein Nachladen oh ein Spawn Camper äh quatsch ein Spawn Camper ein Spawn Camper ne na ich hab nur einen mitgenommen ne hauptsache schreibt ein Ohr haha take that Calver hehehe geil was ein Spinner hehehe aber egal jetzt rass ich aus jetzt fahrt der Alter zu Hölle wo ist denn der? ach shit wo war der? alter wie schlecht ich bin das ist ja boah ich ich nehm jetzt den Brawler ist mir egal mach mal gibts aufs Maul ich nehm den Reaper also der Reaper ist auch ganz in Ordnung der Brawler der Brawler der Brawler scheiße na ich bin immer noch erster ja warte was für ein fettes Vieh das ist eben ähm Vorsprung Abstauberglück ach ne ne aber extremes Können na der Kai sieht's richtig das muss ich schon sagen also ich benutze ja auch dieses Slides besser als wir ja 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 der Typ heiratiert die ganze Zeit gegen die Mauer auch Runde vorbei haben wir schon gewonnen oder? haben wir schon wieder gewonnen yes ja dritter geworden bin ich ähm ja ich möchte gar nicht angehen mit meinen Skills deswegen halte ich mich immer ein bisschen zurück natürlich aber ich würde sagen das war's dann erstmal für die erste Folge und dann sehen wir uns wieder wenn es wieder heißt Lop'n Play mit Horken Folge Nummer 2 Adios Amigas Bye 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 Bye